Im letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich mir ein neues Boot gekauft habe. Es handelt sich hierbei wieder um ein Hornweave, dieses Mal um das T40. In diesem Video werde ich das Boot das erste Mal aufbauen und mit dem T38 vergleichen und am Ende des Videos sage ich euch, warum ich diesen Schritt gemacht habe. Viel Spaß beim Video. Da. Da ist ein Video. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 war der Grundgedanke der, dass ich das Boot immer im Transporter mithabe und auch den Motor mithabe. Vor Ort, wenn ich irgendwo bin, kann ich das Boot aufbauen, ins Wasser gehen, herumfahren und dann lagere ich alles wieder im Transporter. So habe ich nichts draußen und ich kann durch alle Städte fahren, ich kann stehen bleiben, wo ich möchte und ich muss keine Angst haben, dass der Trailer oder der Motor dann weg ist. Das war der Grundgedanke. Bei meiner ersten und einzigen Probefahrt mit dem T38 war ich in Wien auf der Donau und nach dem Nachhausefahren habe ich das Boot und den Motor im Transporter gelassen. Am nächsten Tag, als ich das Auto geöffnet habe, waren ziemlich starke Benzindämpfe und mir war klar, dass ich das, wie ich es vorhatte, nicht machen kann. Denn ich kann natürlich nicht bei Benzindämpfen im Auto schlafen, das ist gesundheitsschädlich. Es geht nicht nur darum, dass man den Geruch in der Nase hat, sondern Benzindämpfe sind natürlich höchst gesundheitsschädlich. Ab dem Moment war mir klar, das kann ich so nicht machen. Dann dachte ich, ich werde einen Trailer kaufen und das Boot eben nachziehen. Das heißt, ich muss meine Strategie komplett ändern. Im Zuge dessen habe ich mir gedacht, ja, aber wenn das so ist, dann kann ich mir gleich auch eine Konsole bauen und eine Fernlenkung und eine Fernschaltung. Das Problem ist aber bei diesem Dropstitch-Boden, dass ich kaum etwas befestigen kann. Ich hätte alles kleben müssen, das wollte ich dann auch nicht, denn somit zerstöre ich das Boot. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das T40 zu kaufen. Es ist um 20 cm länger, also um 7, 8 cm breiter, aber es hat einen Aluminiumboden. Und auf diesem Aluminiumboden kann ich meine ganzen Gerätschaften anschrauben. Und das Schlimmste, was ich da anstelle, sind einige Löcher zu bohren. Aber das und nichts anderes ist der Grund, warum ich das T38 wieder hergebe oder vielleicht doch nicht hergebe. Ich habe es jetzt einmal eingestellt bei Wilhaben. Sollte sich niemand melden, werde ich es mir aber auch lassen und wahrscheinlich einen Elektromotor kaufen. Aber das steht noch in den Sternen, werden wir alles sehen. Jetzt geht es einmal mit dem T40 weiter. Jetzt werde ich da einmal alles ausmessen und austesten und aufstellen, schauen, wie es vom Platz her so ist. Dann werde ich Verschiedenes einbauen und umbauen, aber dazu später in anderen Videos. Aber das war es für dieses Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.